Mediashop präsentiert Ihnen das zurzeit beste Ambiente-Licht am Markt. HandyLux ColorClick. Das kabellose LED-Power-Licht, das einfach jede Stelle erhält. Durch die LED-Power. Super hell, langlebig und energiesparend. Und so einfach geht's. Klebepad anbringen, HandyLux ColorClick an die ausgewählte Stelle kleben und draufklicken. Sofort haben Sie helles Licht. Ohne Strom, ohne lästige Elektroinstallationen, ohne Bohren und ohne Schrauben. Befestigen Sie HandyLux ColorClick unten, seitlich an der Wand oder über Kopf. Es funktioniert immer. Praktisch mit der mitgelieferten Fernbedienung oder einfach auf Knopfdruck bedienbar. Und jetzt kommt das Beste. Sie können bei HandyLux ColorClick zwölf verschiedene stylische Farben wählen. So haben Sie für jede Gelegenheit das perfekte Ambiente. Setzen Sie Ihr Zuhause ganz neu in Szene. Schaffen Sie edle Lichtakzente im Wohnzimmer. Kreieren Sie mit einem Klick eine ganz neue Lichterwelt. Und das weiße Licht ist sogar jederzeit dimmbar. Das ist genial. Stromausfall im Haus mit HandyLux ColorClick. Kein Thema mehr. Sie müssen in der Nacht nochmal kurz aufstehen? Mit ColorClick sparen Sie sich die Festbeleuchtung in der Nacht. Finstere Treppenabgänge mit HandyLux ColorClick erstrahlt die dunkelste Treppe auf Knopfdruck in hellstem Licht. Dunkle Schränke in der Küche? Ankleben, klicken und es wird taghell. Sie müssen unter der Spüle im Dunkeln schnell was reparieren, ankleben, einschalten und los geht's. Setzen Sie Ihre Glaskästen atemberaubend in Szene in zwölf verschiedenen Farben. Genial! Kein Strom am Dachboden und in der Garage? Klick, klick! Mit HandyLux ColorClick brauchen Sie keine Stromleitungen mehr. Unbeleuchtete Ecken ohne Strom gibt's in jedem Haushalt. Mit HandyLux Colors ist das vorbei. Und sogar als Taschenlampe mit superhellem Licht wird Ihnen HandyLux ColorClick ideale Dienste leisten. Kein Licht im Kleiderschrank? Mit HandyLux ColorClick ab sofort kein Thema mehr. Kein Licht an der Haustüre? Mit HandyLux ColorClick haben Sie jetzt alles sofort im Blick. Kein Licht ober der Spüle? Ab jetzt haben Sie wunderschönes Licht innerhalb von Sekunden. Sie wollen im Schlafzimmer ein zuverlässiges Licht für alle Fälle? Mit HandyLux ColorClick haben Sie genau das, was Sie brauchen. Alle Frauen wissen, ein Schminkspiegel kostet Unmengen an Geld. Ab jetzt brauchen Sie keinen mehr. Denn jetzt haben Sie HandyLux ColorClick. Das ist genial! Schaffen Sie überall in Ihrem Zuhause mit zwölf verschiedenen Farben Ihr persönliches Wohlfühlambiente. Oder setzen Sie spezielle Lichtakzente. Mit HandyLux ColorClick sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Ihre Kids fürchten sich im Dunklen? Jetzt haben Sie endlich das schönste und sicherste Nachtlicht, das es gibt. Mit vier Stunden und acht Stunden Timer-Funktion. HandyLux ColorClick besitzen die geniale SafeTouch-Oberfläche. Das bedeutet, Sie werden niemals heiß. Nicht mal bei 24 Stunden Dauerbetrieb. Und Ihre Kids können Ihr Zimmer mit zwölf verschiedenen Farben in einen Abenteuerspielplatz verwandeln. Das ist fantastisch!